Im 6. August 1903 hat der Gustav Simon seinen echten öffentlichen Auftritt auf der Plaster. Hier war eine Begleitung von 800 deutschen Polizisten. Sie waren der Meinung, dass ein Spruch ein unverständliches Verzeichnis war. Dafür haben Sie die Idee, dass Sie einen Spruch an Deutsch haben. Alle, die von sich, in den Straßen, in den Schäften, in den Schäften, in den Schildern, in den Schäften, in den Familienleben, die noch der Teich übersehen werden. Jeder will Merci, Bonjour, Pardon, zu verboten gehen. Der 10. September 1904 hat sich geöffnet, die amerikanischen Feuer erheuernden. Das hat Frieden begrüßt.